Hier einige Ausschnitte von meiner 15. OP, die aufgrund einer Krebskrankheit erfolgt ist, da die Ärzte mich leider anfangs nicht vervollgenommen haben und gesagt haben, dass ich mir die Schmerzen nur einbilde. Ich habe irgendwann auch eine seitliche Nähmung im Gesicht bekommen und trotz alledem haben die Ärzte nicht gesehen, dass ich auf der rechten Gesichtshälfte Krebs habe, die schon eindeutig erkennbar wäre auf einem MRT.